Das letzte mal bei DUST Und go! Ich hab mein inventory aufgegessen Und jetzt muss ich darauf verlappen Ich darf bald meinen Hemd auskommen Ich muss mir nicht nur die Füße werfen Ich werde dich auch so erledigen Oh nein Von diesen Bombenviechern muss ich mich fernhalten Ganz weit fern Ops da war noch einer Oh Ich bin schon wieder ganz tot Hier kann ich wieder hoch mit dieser besonderen Fähigkeit Die ich bisher immer noch nicht bekommen habe Oh der Speichelpunkt direkt mich Zumindest mal bis zur Hälfte hoch Das ist doch schon mal was Okay wir brauchen einen Händler Und zwar ganz schnell Oder eine Zwischensequenz Bei diesem Teil des Meadows Almost als ob die Kreaturen es zu vermeiden Wenn das so ist dann Dann solltest du sicher sein, wenn du hier stehst Cora Das ist nicht möglich, mein Lieber Ich bin nicht hier, um sich zu sehen Ich habe eine Aufgabe zu erledigen Und ich werde nicht verlassen, bis es fertig ist Du siehst sehr sportisiert aus Du siehst echt sportisiert aus Ich würde gerne fragen Ich würde gerne fragen, ob du sie noch mehr Nein, das ist okay Wir suchen für den Herr von dieser Estate Ich habe gesagt, dass er mir mir helfen Vielleicht wir suchen ihn Wir suchen Wir suchen Dann Wir suchen Wir suchen Wir suchen Wir suchen Wir suchen Still not too comfortable leaving an old lady here in the middle of nowhere. Neither am I, Fidget, but she seems to know what she's doing. Yeah, but do you? Is that it, Cora? Four items, four mansions? Honestly, sounds pretty simple if you ask me. For all our sakes, my boy. I hope you're right. What's that mean? Why'd you have to say it like that? Hmm. Keine Panic, Fidget. Alles okay, sag mir, dass hier ein Händler ist. Verdammt noch mal, ich komme hier immer noch nicht hoch. Hoch kann ich nicht, zur Seite kann ich nicht. Also muss ich runter. Händler! I've noticed the waters in the valley have resumed flowing. It would be ignorant of me to believe you didn't have a part in that. What makes you say that? The waters did not resume flowing of their own accord. Of that, I am certain. Yes, well, we did what needed to be done. As must we all, my friend. What did you find down there? If you don't mind my asking. A powerful creature who was misled by her own rage. Fortunately, we were able to knock some sense into her. And for that, this world is grateful. Take care, my friend. I'm sorry. Irgendwas sagt mir, dass der Typ für den Kommandanten arbeitet als Spitzel, um mich auszuspionieren. Oh cool, ja genau, ich nehme den. Ich muss das bald auf Lager haben und ich kann meine übertrieben geile Formel machen. Ich muss mich auf jeden Fall... Ein Hotdog plus auch 180 Gesundheit. Ich fasse pleite. So, ich habe auch ein mächtiges Medaillon. Plus 4 Regeneration, plus 100 Verteidigung, plus 10 Glück. Minus 60 Angreif, aber plus 60 Verteidigung. Da bleibe ich lieber noch bei dem. 2% plus 1 Drop, plus mal 4. Sehr gut. Erstmal, erstmal das hier rein und... Einen anständigen Ring. Plus 2. Genau den wollte ich machen. Können wir noch drauf warten. Okay. Achso, habe ich noch... ...einen Punkt, den ich vergeben kann? Nein. Los geht's, Widget. Das ist ein schönes Gefühl, wieder mit... ...mit nur einer Regenerations... ...Dose fast... ...die halbe Leiste aufzufüllen. Warte. Glaubst du, echt? Ich sehe das nicht. Uui. Achtung! Warte mal, wir sind doch eben ein tiefes Loch runtergefallen. Und jetzt sind wir wieder draußen, aber eine Etage tiefer? Was? Wow! Super tot! Auuuuh Den muss ich dann wohl mit Marquise cutten Den jetzt mach ich fertig Auuuuh Diese lags, ey, das ist für mich auch geholfen Ich mach die komplette Spielerfahrung kaputt Hoffentlich kommen nicht noch mehr von diesen Zenzenmännern Die haben nämlich gerade tierisch aufgeregt Du stehst so unbeweglich darum, ich hätte dich fast nicht gesehen Du hast mich speichern Lass mich speichern Lass mich speichern Ist das Ding kaputt? Ach Sehr nice Es geht weiter Fidget Ich hab's mit Jawoll Angriff auf hunderte Höhen Angriff auf hunderte Höhen Winhalb Ich glaub das geht nicht Ich mag solche Stachelteile überhaupt gar nicht leiden Ich mag solche Stachelteile überhaupt gar nicht leiden Ähm Was ist denn hier? Ach, da komm ich wahrscheinlich wieder hoch Ja Keine Ahnung, was das war, aber Oh, okay Nicht hochgehen Hier, genau, perfekt Nein, 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 nein Nein, verdammt Wo brauche ich das eigentlich da oben? Ah ja, stimmt Das ist schon wieder ein Händler Komm, exaktiere Mit dem lege ich mich nicht im Nachkampf an Irgendwas sagt mir, dass ich hier falsch bin, weil es hier nicht weiter geht Nein, ich weichere jetzt mal nicht Ah, ich muss hier rein Okay, stimmt, das ist die erste von vier Anwesen Schon lange her, weil ich eine Notiz gefunden habe Heute hat er in seinem Büro gefrühstückt Ich denke, er hat eine ganze Nacht dort gegessen Unser Gast ist heute Morgen und Auch gegangen Also aus wie ein Offizier Vielleicht war er ein General Könnte mich vermindernd Meister Kane Hm Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache Ach du Scheiße Oh Oh, oh, oh Nein, fuck Ich will nicht Nein, geh weg von mir Ich glaube, er ist auch wieder raus Was? Das Ding ist aus? Verdammte Scheiße Was soll ich tun? Wie komme ich hier? Oh Das habe ich gar nicht gesehen Oh, danke, dass du mich hochkriegst Ich bin hier zutiefst verbunden Verdammt nochmal, wo soll ich hin? Oh Verdammt nochmal Ich muss hier durch Was? Oh Ah Hm An der Wand hochzugt er dann. Das ist so cool. Endlich kann ich das tun. Wir spielen heute Rayman, yeah! Ihr wart gerade noch nie wieder. Verdammt! Schlüssel! Ist das echt den ganzen Weg wieder runter? Ja! Die Frage ist, wo soll ich jetzt hin? Warte! Für sowas gibt es noch die Karte. Map, die Karte! Au! Das war's schon in dieser... Ich soll wieder raus! Das nervt mich nicht, verdammt! Und zurück! Hopp, hopp, hopp! Und zurück! Nice! Was? Wir sind wieder mal reichfed jetzt! Wir sind wieder. Wir sind zum nächsten Mal. Hm, ich will auf, dass sie falsch sind Hier lang Und Speicherung, natürlich Wo bist du? Hey Das ist alles? Wirklich? Okay Ah ja, ich habe jetzt die Fähigkeit hier hochzuprobieren Nice, nice, nice Weiter geht's Okay, guter Punkt, um hier mal wieder einen Katzen machen Ich bedanke mich auch wieder, dass ihr eingeschaltet habt Bis zum nächsten Mal Bye Oh mein Gott, da kommen wieder diese komischen Bubble-Fiecher Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal